In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Gleichung von Tangent und Normalen aufstellen kann. Und weil das Ganze relativ schnell geht, werde ich euch sogar zwei typische Lösungswege zeigen mit zwei verschiedenen Formeln. Und ihr könnt dann am Ende selbst entscheiden, welcher Lösungsweg besser ist. In erster Reihe wäre natürlich gut zu wissen, was man eigentlich aufstellen möchte. Wir haben zum Beispiel eine Kurve, hier abgebildet f von x. Und in einem bestimmten Punkt b wollen wir zuerst eine Tangente anlegen. Zur Erinnerung, eine Tangente berührt immer die Kurve in einem Punkt. Und die normale wird dann so aussehen und in rechtem Winkel zu dieser Tangente stehen. Also, wie in der Abbildung ganz gut erkennbar, wir wollen zwei Geradengleichungen aufstellen, die aufeinander orthogonal oder senkrig sind. Wie bereits erwähnt, ich werde euch zwei Lösungswege vorstellen mit verschiedenen Formeln. Das erste Lösungsweg bezieht sich auf die allgemeine Gleichung einer Geraden. Vielleicht hier auch gut erkennbar vom Aufbau her, y gleich mx plus c. Die Gleichung der Normalen ist auch eine Geradengleichung, ein bisschen verändert wegen dieser besonderen Lage zwischen Tangente und Normale. Bei zweitem Lösungsweg sehen die Formeln so aus, also das wäre dann die Tangente und das hier die normalen Gleichung. Keine Sorge, auch wenn die Formeln ein bisschen komplexer aussehen, sind sie eigentlich leichter zu verwenden, wie wir gleich sehen werden. Und hier ist unser erster Lösungsweg. Aufgabenstellung lautet, bestimme die Gleichung der Tangente und der Normalen von f in Punkt b, wobei die Funktion f von x natürlich gegeben ist mit einem Viertel x Quadrat plus 1. Zur Erinnerung, so ungefähr sah die Abbildung aus. Und als erstes müsst ihr, wenn nicht schon vorgegeben, immer die y-Koordinate vom Berührpunkt bestimmen. Also wenn wir jetzt diesen Punkt hier oben anschauen, dann sollte euch auffallen, dass die y-Koordinate noch nicht vorgegeben ist. Wenn das der Fall ist, müssen wir zuerst diese y-Koordinate ausrechnen. Dafür setzen wir diesen x-Wert 2 in unsere Funktion ein. Ein Viertel mal 2 hoch 2 plus 1. Fassen wir natürlich alles zusammen. 2 hoch 2 sind 4, durch 4 ist 1, plus 1 sind 2. Somit haben wir schon unseren Berührpunkt mit dem Koordinaten 2'2. Wie gesagt, es gibt auch Aufgaben, wo dieser Berührpunkt schon vorgegeben ist. Dann einfach diesen Schritt überspringen. Als zweites brauchen wir die Steigung im Berührpunkt. Zur Erinnerung, die Steigung ist immer die erste Ableitung. Das bedeutet, wir müssen zuerst die erste Ableitung bilden. f von x ist oben, deshalb f' von x hier. Und ein Viertel x Quadrat abgeleitet, die 2 kommen nach vorne. Dann haben wir 2 Viertel, kürzlich und bleibt nur noch 1 halb übrig. Also 1 halb x. Und die 1 hinten fällt weg. Das ist allerdings nicht die Steigung im Berührpunkt, sondern das ist die allgemeine Steigung. Um die Steigung im Berührpunkt zu bestimmen, müssen wir noch in dieser Ableitung die x-Koordinate vom Berührpunkt einsetzen. Das ist natürlich wieder die 2. Also die hier. Dann haben wir 1 halb mal 2 sind natürlich 1. Also das ist unsere Steigung. Schritt Nummer 3 lautet dann in die Formel einsetzen und die Tangentengleichung bestimmen. Natürlich ist damit diese Formel hier gemeint. Schauen wir uns ein bisschen die Formel genauer an und versuchen herauszufinden, was wir haben und was wir nicht haben. Um die Tangentengleichung zu bestimmen, brauchen wir eigentlich nur 2 Sachen hier. Einmal dieses mt und dann dieses c hinten. mt ist natürlich die Steigung und die haben wir ja. Die haben wir gerade hier rausbekommen. Das ist dieser 1. Also hier ist unser mt. Um c zu bestimmen, müssen wir unser Punkt, unser Berührpunkt benutzen. Und zwar, der liefert uns dann eine x- und eine y-Koordinate, die wir hier schön für x und y einsetzen können und entsprechend nach c umformen. Das machen wir jetzt auch. Also für y setze ich natürlich die 2 ein. Dann m, die Steigung ist 1, mal x-Koordinate ist wieder 2, plus c. 1 mal 2 sind 2, die können wir auch rüberbringen mit minus 2. Und zufälligerweise kommt für c sogar 0 raus. Na ja, wenn wir unsere Abbildung anschauen, so perfekt passt das bei uns nicht. Das geht fast durch 0, unsere Tangente. Aber das sollte auch nur eine Planskizze zur Orientierung sein. Das heißt, wir haben jetzt c und wir haben mt. Also können wir auch problemlos die Tangentengleichung aufstellen. y ist dann, für m müssen wir 1 einsetzen, mal x. Und vollständigkeitshalber plus 0. Natürlich musst du die 0 jetzt nicht jedes Mal hinschreiben. Tangentengleichung haben wir. Also gehen wir zu unserer normalen Gleichung. Dann heißt es, im letzten Schritt, in die Formel einsetzen und die normalen Gleichung bestimmen. Schauen wir uns die Formel an. Wir suchen wieder natürlich die Steigung. Die Steigung der normalen wird dieser minus 1 durch mt sein und ein neuer Achsenabschnitt, dieses b. Da wir mt schon haben, das bedeutet, wir können das gleich hier einsetzen. Und erneut benutzen wir diesen Berührpunkt, weil die normale ebenfalls durch den Berührpunkt geht, um einen passenden Wert für b zu bestimmen. Dann haben wir, statt y wieder 2, ist gleich, dann minus 1 durch mt, mt war 1, mal die x-Koordinate ist wieder 2 und plus b. Minus 1 durch 1 ist minus 1, mal 2 ist minus 2. Dann bringen wir diese minus 2 mit plus 2 rüber. Und dann haben wir, 4 ist gleich b. Somit können wir dann auch die normalen Gleichung aufstellen. Also n, Doppelpunkt, y ist gleich. Die Steigung haben wir aber bereits, ist minus 1 durch 1, also minus 1, mal x und plus 4. Wie ihr gesehen habt, ging das erste Lösungsweg relativ zügig und die Formel waren jetzt nicht so kompliziert, dass man sie sich nicht merken kann. Beim zweiten Lösungsweg natürlich die gleiche Aufgabenstellung und das gleiche Problem. Schritt 1 ist identisch mit dem ersten Lösungsweg. Und zwar, wir brauchen wieder die y-Koordinate von diesem Berührpunkt. Also, wir nehmen die x-Koordinate hier an der Stelle und setzen sie erneut ein. f von 2 ist dann 1 Viertel mal 2 hoch 2 plus 1 und das haben wir schon alles bereits ausgerechnet, kommt wieder 2 raus. Also, das ist unser Berührpunkt mit den Koordinaten 2'2. Im zweiten Schritt brauchen wir erneut die Steigung. Dafür natürlich wieder die erste Ableitung. Das haben wir auch schon gehabt. Also, wir haben dann 2 Viertel x, das sind dann zusammengefasst 1 Halb x. Und dann brauchen wir die Ableitung in diesem Punkt B. Deshalb setzen wir erneut die x-Koordinate des Punktes ein und haben dann 1 Halb mal 2, was wiederum 1 ist. Dritter Schritt kann man genauso bezeichnen wie vorher, nur dass wir jetzt natürlich die andere Gleichung benutzen. Jetzt schauen wir uns auch diese Gleichung ein bisschen genauer an. Also, wir haben hier f' von u. Natürlich kann das nur die Steigung sein, die wir auch hier bestimmt haben. Also, dieser 1 ist unser f' von u. Und das wird an dieser Stelle hier eingesetzt. Außerdem haben wir noch diesen Berührpunkt. Und der Berührpunkt ist immer u und f von u allgemein geschrieben. Also, das heißt, das ist unser u und das ist unser f von u. Und das können wir auch hier direkt einsetzen. Ihr seht, im Bezug oder im Vergleich zu dem anderen Lösungsweg muss man hier nichts mehr umformen. Man setzt einfach nur die Zahlen ein und damit ist die Sache schon erledigt. Also, t, Doppelpunkt, y ist gleich. Für f' von u setze ich natürlich die 1 ein. Dann habe ich eine Klammer mit x minus u, also x minus 2. Und am Ende noch plus f von u, also plus 2 hier. Natürlich kann man die Klammer auch noch auflösen. In diesem Fall ist es lächerlich. Da steht nur eine 1 vorne. Somit haben wir dann x minus 2 plus 2 und das ergibt wieder 0. Ich schreibe es nur vollständigkeitshalber hin. Die gleiche Tangentengleichung, selbstverständlich wie vorher. Viertel Schritt, das gleiche nochmal mit der Gleichung der Normalen. Und auch hier, wenn wir die Gleichung genauer anschauen, wir haben ja bereits alles. f' von u ist bekannt. Also, hier müssen wir die 1 einsetzen. Und dann haben wir natürlich noch unser u und f von u. Und das sind wieder die 2 zweier. Also, eingesetzt heißt es dann, y ist gleich minus 1 durch 1 mal x minus 2. Und am Ende noch plus f von u, also plus 2. Minus 1 durch 1 ist minus 1. Die Klammer hier können wir noch auflösen. Also, die minus 1 mit jedem Term hier in der Klammer multiplizieren. Dann haben wir wie entsprechend minus 1 x oder minus x. Und minus 1 mal minus 2 sind plus 2. Und dann noch am Ende plus 2. Somit lautet die Normalengleichung minus x plus 4. Nachdem ihr jetzt beide Wege gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen, nehmt das, was euch am einfachsten vorkam, bzw. das, was ihr aus dem Unterricht kennt. Beide Wege sind für Klausuren bzw. Abschlussprüfungen zugelassen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Neben diesem Standardfall, Tangente Normale, gibt es natürlich vor allem für die Tangente, noch weitere Tangentenprobleme, wie zum Beispiel Tangentengleichung aufstellen, wenn sie parallel zu einer Geraden ist. Dann für beide gibt es die Möglichkeit, dass man eine Tangente bzw. Normale von einem Punkt außerhalb der Kurve aufstellen muss. Und auch wenn hier nur Grundaufgaben waren von Ivo, ihr habt gesehen, die Funktion war sehr einfach, das ist auch der Punkt, was sich hier an dieser Stelle verkomplizieren kann. Und zwar, die Funktion kann natürlich ein bisschen komplexer aussehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr natürlich auch die höheren Ableitungsregeln beherrscht, wie zum Beispiel Kettenregel, Produktregel oder Quotientenregel. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Ich versuche